Ihr wisst nicht, was ich vorhin gesehen habe, Leute, da war so ein komisches, Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll, auf jeden Fall, da draußen war eben so ein komischer Mann, Leute, und Leute, Leute, das ist ja alles nicht verfolgt, und keine Ahnung, jetzt bin ich hier geladen, sondern ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ist das jemand von Harry Potter? Ich probiere es aus, Leute, Leute, das seht ihr in diesem Video. So, let's go. Hier gibt es einen freilaufenden Sturm, nicht zu, alles leid, damit wir ihn fahren können. Wir gehen jetzt nach, wir gehen nach da, oder nein, wir gehen nach, wir gehen nach da, oder nein, wir gehen nach, wir gehen nach da, noch nach da, noch da, nein, ich habe keine Ahnung, wie viel lang es soll, Leute, wo, stimmt ab, das ist im nächsten Video, rechts, links, wo, und nach unten, nein, nach unten, nach unten, nach unten, geh nicht, nein, 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 stopp. Ja, Sandra, Gott, Papa, 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 Mama Hö Manns, Papa, Papa Köhl, Papa, Papa, Papa***